Die Stiftung Menschen für Menschen feiert ihr 30-jähriges Bestehen im Sulzbach-Rosenberger St. Anna Krankenhaus mit einer Ausstellung über deren Äthiopienhilfe. Sie besteht unter anderem aus Plakaten zum Werdegang der Stiftung und Fotografien mit Texten von Förderer Klaus Emmerich. Bei der Ausstellungseröffnung wurde Bürgermeister Gerd Geismann außerdem für eine gewonnene Stadtwette geehrt. Jeder dritte Sulzbach-Rosenberger solle mindestens einen Euro an die Stiftung spenden. Insgesamt kamen dabei über 9000 Euro zusammen. Herzliche Grüße.